Morgens 6 Uhr. Für 100 Schwerverbrecher beginnt der Tag im Gefängnis. Es ist nicht irgendein Gefängnis. Es ist die sozialtherapeutische Haftanstalt Hamburg-Fuhls-Büttel. Rainer Schiele löst seine Kollegen von der Nachtschicht ab. Er ist der Schichtdienstleiter für den allgemeinen Vollzugsdienst. Hier in Fuhls-Büttel werden Schwerverbrecher nicht einfach weggesperrt. Sie werden therapeutisch betreut und behandelt. Was gibt es da? Du hast die Nacht gehört, ne? Ja? Naja, die hat die Nacht nicht gepennt. Aber es kommt heute neuerdings häufiger vor. Therapieabolut. Wormơnwer! ağı-V欣in! Wormơnwerf! Vielen Dank.